Jetzt Fragen zu diesem komplizierten Thema an den bayerischen Datenschutzbeauftragten Prof. Thomas Petry. Herr Petry, ist es nicht nur konsequent zu sagen, die Sicherheitsbehörden brauchen auf WhatsApp den gleichen Zugriff wie auf SMS? Wenn man das allein unter Sicherheitsaspekten betrachtet, ist das eigentlich nur folgerichtig. Allerdings, wenn man das unter grundrechtlichen Gesichtspunkten sieht, wirft das natürlich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit auf. Das heißt, wo sagt der Datenschützer Stopp bei diesem ewigen Konflikt zwischen Sicherheit und Privatsphäre? Also spätestens, wenn die staatlichen Sicherheitsorgane unser gesamtes Kommunikationsverhalten nachvollziehen können, ist eine rote Linie überschritten. Ja, wie kann man denn diesen Konflikt überhaupt lösen? Kann man ihn überhaupt lösen? Ich meine, ich will ja als User schon auch sicherstellen, dass Terroristen sich nicht über WhatsApp-Verkehr irgendwie zusammentun können, verabreden können. Auf der anderen Seite möchte aber jeder User kommunizieren, ohne dass NSA oder andere Geheimdienste das mitkriegen. Lässt sich das lösen? Also das lässt sich lösen, ist aber sehr, sehr kompliziert. Im Prinzip ist es eigentlich eine Daueraufgabe, die Belange der Sicherheit und die Belange unserer menschlichen Freiheit immer wieder neu auszugleichen. Und ist es noch zeitgemäß, dass es da zweierlei Gesetze gibt, wie eben gesehen? Nach meinem Empfinden ist das eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil die Technologien, die da eine Rolle spielen, ineinander übergehen. Die kann man gar nicht mehr ganz sauber voneinander abgrenzen. Das haben wir ja jetzt bei den Hackerangriffen auf Telekom-Router gesehen, dass inzwischen das Telefonieren auch übers Internet läuft. Das ist ganz genau, dass man beispielsweise über Internet telefoniert, ist ein Beispiel, wie diese beiden Technologie-Ebenen ineinander greifen. Nun gibt es ja noch keine europäische Regelung. Kann man denn überhaupt, WhatsApp ist ja ein amerikanischer Internetdienst, kann man die überhaupt mit deutschen oder europäischen Regeln an die Kandarren nehmen, verpflichten? Also man versucht es natürlich. Und wenn das europäische Regeln sind, haben die mehr Durchschlagskraft als eine rein nationale Regelung von Deutschland. Aber natürlich im Moment, wenn die deutsche Sicherheitsbehörde kommt und will von WhatsApp Daten haben und WhatsApp will sie nicht herausgeben, wird es für die deutsche Behörde sehr, sehr schwer werden, das zu erzwingen. Bayerns Datenschützer Thomas Petry, dem die Arbeit nicht ausgehen wird im ewigen Konflikt zwischen Sicherheit und Datenschutz. Dankeschön. Ich danke Ihnen.